Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Grey Matter. Ich möchte mich gleich zu Anfang entschuldigen. Die letzten zwei, drei Folgen habt ihr meinen Mauscursor nicht gesehen. Das lag daran, weil ich aus einem anderen Spiel, in dem ich den Mauscursor immer verstecke, und zwar Five Nights, da immer, naja, den Mauscursor ausgeschalten habe und ich hab vergessen den anzumachen. Also von daher, wir sind jetzt hier und können die Statue... Achso, nee, das haben wir schon gemacht. Ja, ja, Merkur, den haben wir aber schon seit längerer Zeit angeschaut. Warum bin ich hierher gekommen? Gab's hier was? Ja. Äh, pfff, gute Frage, was? Achso, Moment, genau, wir können ja den Speisesaal jetzt, hoffe ich, weil es ist jetzt ein anderer Tag, oder? Wir können den jetzt anschauen, oder? Der zum Rätsel gewährt, genau, zum Rätsel alle wir lost, see. Wo sind, achso, da sind wir, ich dachte gerade, wo sind wir? Der Speisesaal ist übrigens sehr groß. Und hier wurde Hogwarts oder so gedreht. Und hier gibt's Gemälde, die wir uns anschauen können, das machen wir natürlich. Ein Gemälde mit drei jungen Frauen. Okay, sonst nichts. Ein Gemälde? Nein. Statue können wir auch nicht, hier ist nur... Können wir uns... Nee, wir können uns nicht alle Gemälde anschauen, okay. Ähm, da hinten ist auch nichts, dann schauen wir mal hier rechts lang, weil der Speisesaal hat ja auch noch ein rechtes Eck wahrscheinlich, weil sonst gäbe's hier ganz schön wenig. Ja, noch ein bisschen, komm... Ja, noch ein bisschen, komm... Okay, gibt's hier jetzt irgendwas? Okay, eine Dankurkunde. Eine Urkunde, wollte ich sagen. Aber eine Dankurkunde. So viel, so viel Zeit muss sein, ein Zertifikat. Oh, Hogwarts, genau. Danksagung. Das gesamte Team des Films Harry Potter und die Kammer des Schreckens möchte hiermit dem Christchurch College dafür danken, dass uns dieser prachtvolle Saal als Drehort für Hogwarts, Schule für Hexerei und Zauberei zur Verfügung gestellt wurde. Okay. Danksagung. Ja, das kennen wir schon gerade. Sonst gibt's hier nix, okay. Und jetzt? Moment, hier war doch grad irgendwas, oder? Achso, nee, hier, Feuerbock. Okay. Hey, die schauen irgendwie lustig aus. Die schauen irgendwie so aus wie... Keine Ahnung. Irgendwas, was mir bekannt vorkommt. Ich weiß aber nicht, woher. Diese Feuerböcker haben Lewis Carroll also dazu inspiriert, Alice diesen langen, langen Hals zu verpassen. Nicht schlecht. Allerdings fällt mir nichts Außergewöhnliches an diesem Hals auf. Abgesehen davon, dass er... lang ist. Okay. Ich kann nichts Auffälliges erkennen. Okay, nichts Auffälliges. Brauchen wir vielleicht irgendwas, um was Auffälliges zu erkennen. Haben wir nicht noch irgendwas vom Alice-Laden? Achso, nee, hier, aber das... Hogwarts? Achso, ja, nee. Das können wir hier wahrscheinlich nicht abgleichen. Gibt's hier sonst noch was? Auf Feuerbock-Hut. Auf dem Hut ist irgendwas, aber es ist ziemlich klein. Das Symbol des Daedalus-Clubs. Es muss sich dabei um eine Nachbildung des originalen Feuerbocks handeln. Ganz schön aufwendig. Dieser Feuerbock gehört also zum Rätsel. Aber was muss man damit machen? Vielleicht ihm den Hut abnehmen. Oder ihn drehen. Oder ihn hochdrehen. Und den Kopf abreißen. Okay. Wunderbar. Da würde sich Alice freuen. Und da ist irgendwas. Gold. Ich hab's. Ein Teil des Rebus. Da war nur ein Goldstück drin. Der Hinweis auf den nächsten Ort muss also im Rätsel selbst stehen. Ich brauche nur noch ein Goldstück. Sind das nicht erst zwei? Achso, nee. Es sind drei. Okay. Es muss im Rätsel selbst stehen. Also hier. Es begann Alice Nadl... Nadl... Oh Gott. Wieder dieser Dreck. Okay. Dodo. Deutschen zerbrach ein Ei. Ja. Der Dodo mit dem Ei. Ab mit dem Kopf. Oh. Das ist damit mit ab in den Kopf. Feuerbock. Okay. Mit Hälsen lang wie ein Nornsteig. Äh. Schornstein. Schornstein? Soll das Schornstein heißen? Ich weiß es nicht. Ähm. Finde Alice. Neid ist sie wie... Was? Tein... Eind ist sie... Nicht. Nein. Wei... 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 Ist sie nicht. Okay. Folge ihren besten... Ficken... Äh. Flicken. Äh. Was? Folge ihren besten. Such zuletzt den heißen Vasen. Äh. Nur... Folge ihren besten... Flicken ergibt keinen Sinn. Ihren besten... Ich... Kapier's nicht ganz. Gibt dort einen des Reimers Namen. Das wird wahrscheinlich Louis Carroll sein. Such zuletzt den heißen... Ach. Den weißen Hasen. Okay. Aber mit Alice... Weit ist sie nicht. Können wir... Kann hier gar nicht so viel anfangen. War hier doch noch was? Irgendwas mit Alice? Müssen wir uns vielleicht den Hut nochmal anschauen? Vielleicht jetzt hier? Vielleicht... Vielleicht mit dem Feuer... Feuerzeug? Nein. Okay. Gut. Hier gibt's sonst gar nichts. Und hier gibt's auch nichts außer dem... Dem... Das haben wir aber schon. Weit ist sie nicht. Alice. Alice ist nicht weit. Was soll das aber heißen? Hier ist noch ein Gemälde, aber da gab's ja nichts, oder? Ich frage mich, ob Alice eine von Ihnen sein könnte. Oh. Oh. Ähm. Buch. Das älteste Mädchen hat ein Buch auf ihrem Schoß liegen. Also, ich glaube, wenn man aber viel... Oder dem allgemeinen Gesellschafts... Gesellschaftsbild, unter Anführungszeichen, von Alice nachschaut... Ist... Trägt sie doch aber immer blau, oder? Das älteste Mädchen hat ein Buch auf ihrem Schoß liegen. Okay. Und kann ich mit der jetzt irgendwas machen? Das älteste... Das älteste... Hm? Oh, hier sind sie... Oh! An dieser Stelle erwartet man eigentlich die Signatur des Künstlers, aber das hier sieht nicht so aus. Das ist das Symbol des Daedalus-Clubs. Das Symbol des Daedalus-Clubs. Hab ich doch gesagt. Also hat das Gemälde etwas mit dem Rätsel zu tun. Unglaublich. Die Jungs haben wirklich keine Kosten und Mühen gescheut. Und das für unser Rätsel. Wir sind wichtig. Die Lidl-Schwestern. Oh, Moment. Moment, Moment. Lidl. Lidl. Ähm. Genau. Ähm. Lidl. Alice Lidl. Alice Liddls Nadel. Irgendeine Nadel vielleicht. Dieses Buch. Es sieht irgendwie merkwürdig aus. Ich könnte versuchen herauszufinden, was es mit diesem Buch auf sich hat. Aber das wird dann eine ganz schöne Fitzelarbeit. Willst du das Gemälde zerstören, oder was? Achso, wir brauchen irgendwas. Die Lidl. Wir brauchen irgendwas, um... ...um da herum zu fitzeln. Haben wir nicht eine Haarnadel oder sowas bekommen? Ich bild mir gerade ein, wir hatten eine Haarnadel. Hä? Hm. Irgendwas langes, spitzes. Nein. Wir brauchen... Ja, die Diskus-Scheibe. Nee. Wir hatten eine Haarnadel. Oder haben wir die in Helenas Zimmer liegen gelassen? Ich schau mal kurz. Ist... Also entweder wir haben sie schon für irgendwas gebraucht und haben sie weggeschmissen. Wie das ja in Adventures häufig der Fall ist. Wenn man was nicht braucht, dann weg damit. Oder ich hab vergessen, sie aufzuheben. Das würde mich... Würde mich aber sehr wundern, weil ich hab nichts nachgeschmissen. Spiel, weil das Spiel hat ein Speichersystem. Das war ein... Achso, ich muss den Schlüssel von Helena wiederverwenden. Ja. Mach auf. Weil das ist die einzige Erklärung, die ich noch haben könnte. Ja, sie kommt schon nicht. Komm schon, Sam. Mach auf. Das wäre die einzige Erklärung. Also, dass ich sie nicht genommen hätte, weil sonst... Irgendwas Spitzes. Nee, wir haben sie genommen. Oder übersehe ich sie gerade wie ein Idiot? Der Schlüssel scheint... Ja, ja, ja. Ich hab doch die Harnadel genommen. Ich hab ein Taschenmesser. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Wir haben das für... Wir haben das ja fürs Knacken des Kastens verwendet. Und da ist sie, glaube ich, sogar abgebrochen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich hab aber ein Taschenmesser. Ich bin ein Idiot. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Eine junge Frau, die... Ja, ja. Gut. Nein, Taschenmesser ausrüsten und jetzt stirb. Unter dem Buch ist etwas. Aber was? Und noch ein Goldstück. Ich liebe dieses Rätsel. Ich find's auch ganz geil. So, das reicht, denk ich. Achso, nein. Noch mehr. Achso, muss ich das jetzt irgendwie da rausfitzeln? Mit Feuer? Nein. Aber mit was? Irgendwas muss ich machen, damit ich das rauskriege. Ähm. Die Little-Schwestern. Was er meint. Das... Hä? Muss ich jetzt... Ich hab doch grad nochmal mitprobiert mit den Taschen. Hä? Ähm. Oh, Moment. Irgendwas streich... Achso, ne, Streichhölzer. Hä? Komm, funktionierlei Leertaste, wenn man dich braucht. Hier... Hä? Hä? Moment. Ist das grad ein Bug? Ist das grad ein Bug, oder hab ich tatsächlich irgendwas übersehen? Ähm... Vielleicht mit dem Rätsel? Nein. Irgendwas mit der Fee? Nee. Der Schlüssel vielleicht, damit wir's rauslösen können. Wie gesagt, die Haarnadel haben wir nicht mehr. Glaube ich zumindest. Ähm. Mit dem Puzzle. Oder haben wir's schon? Wir haben schon alle Teile. Das ergibt keinen Sinn. Egal. Äh, wir tun das jetzt alles mal so machen. Und ich schnapp mir wieder einen Zettel und einen Stift, das ja immer gut ist, dabei zu haben. Sorry, dass ihr jetzt ein bisschen Papier rascheln hört. So. Also. Hüpp. Und düpp. Und dat. Und... Das war's. Jetzt nur noch dieses Bilderrätsel lösen, dann hab ich es wahrscheinlich geschafft. Okay. Ich kann erstmal größer machen. Oder ich kann's gar nicht größer machen. Das ist super. Okay. Äh. Schaf. Und. Reis. Und ein T. Ich muss das in Großbuchstaben notieren, sonst ergibt das nicht viel Sinn. Reis. Und T. Und darunter ist... Schuh. Und... Frosch, glaube ich. Frosch. Und... Was auch immer das untere ist. Ach so, das ganze untere ist ein Wort. Und dann irgendwas und dann noch W.S. Ist das... Schaut aus wie... Eine Kokosnuss? Nee. Wie ein Apfel, wie eine Kiwi, sowas in die Richtung. Aber irgendwas, was drin irgendwas hat, das hat irgend so einen Kern. Hat eine Grapefruit einen Kern? Ich weiß es nicht. Egal. Wir machen das oberste. Schaf. Da streichen wir den ersten, den zweiten, dritten, vierten und fünften. Dann aus Reis streichen wir den zweiten. Und T. Was steht da? Trist. Ach, Christ. Okay, das oberste heißt... Christ. Und das unterste, wenn ich von Schuh den ersten und den fünften, eins, zwei, drei, vier, fünf, weggebe. Und bei Frosch den ersten, den dritten und den vierten. Den ersten, dritten und vierten. Kuh. Kuh, 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 Kuh. Ach, Church. Church. Und irgendwas am Ende mit W.S. Ganz ehrlich, was für ein Ding hat... Das... Moment, drei ist A, D. Ich probiere es mal. Gibt es irgendein Wort mit A, D? Und dann, was E, W, S heißt. Christ Church Advice. Probieren wir mal. Was ist, wenn das Orange ist? Orange gibt... ...keinen Sinn. So einen komischen Kern drinnen. Apfel? Ne, Apfel haben keine Kern drinnen. Ich habe da eher so... Keine Ahnung. Ich kenne mich mit Früchten nicht so gut aus. Oh, Melone. Moment mal. Melone dann ergibt das... Wenn der dritte kein L ist, sondern E, A. Und... Me... Meadows. Christ Church Meadows. Das sind die Wiesen, die wir schon draußen gesehen haben. Oh, das ergibt Sinn. Das ergibt deutlich mehr Sinn als irgendwelche Apfel... Apfel oder so. Meadows ergibt Sinn. Diese Rätsel mussten übrigens auf etwas von Deutschen auf... Ne, von Englisch auf Deutsch übersetzt werden. Also von daher hört es sich ganz cool an. Wenn man es so denkt, dass das Spiel in der Übersetzung schon viel gemacht hat. Warum? Oh, da sitzt jemand. Wer ist das? Hä? Hey Charles, was machst du denn hier? Lernst du? Ja, wie man bestimmten Leuten aus dem Weg geht. Leuten wie Helena? Ja. Keine Sorge, deine geheime Zufluchtstätte bleibt unter uns. Danke, Sam. Okay. Ähm... Aber hier sind die Meadows. Wir kommen später wieder. Wir kommen später wieder. Wir haben eine Aufgabe zu erfüllen. Wir müssen das Rätsel... Auf der anderen Seite der Mauer ist eine Wiese. Vielleicht sollte ich mich dort mal umsehen. Ja, genau. Weil wir müssen zu den Christchurch Meadows. Das Rätsel besagt, such zuletzt den heißen Vasen... Äh... Weißen Hasen? Ich habe das dumpfe Gefühl, dass ich wenn, dann hier irgendwo im hohen Gras fündig werde. Okay, hä? Was ist das? Oh! Das ist jetzt eine... Oh, von oben Ansicht. Okay, Moment, machen wir das... Wenn wir alles absuchen müssen, dann gehen wir das mal ein bisschen systematisch an und gehen von hinten nach vorne. Oh, das ist ziemlich groß. Oh, da ist was. Da ist was. Da ist was. Nein, genau da. Nein, da. Oder ist das nichts? Okay, nee, das scheint nicht zu sein. Okay. Okay. Können wir hier auch hin? Hört da, war was. Okay, nee, das ist Steine oder sowas. Ich renne da jetzt mal so ein bisschen kreuz und quer. Da hinten war aber irgendwas. Oder hier ist... Siehst du doch was? Das sehe ich sogar von hier aus. Ah, nee. Doch, hier ist doch was. Das muss doch irgendwas sein. Nein, ich meine... Okay. Da ist etwas. Das habe ich doch gesagt. Okay, das ist ein Kaninchenbau. Gibt es hier noch was? Jetzt bin ich schon so weit gekommen. Das bisschen Schmutz wird mich schon nicht umbringen. Ach so, du willst da rein. Ich dachte, wir müssen jetzt irgendwie einen Hasen rauslocken oder so. Ein weißer Hase. Das ist gar kein richtiger Kaninchenbau. Habe ich mir aber irgendwie schon gedacht. Okay. Laut dem Rätsel soll ich des Reimers Namen eingeben. Wer ist damit gemeint? Äh, Lewis Carroll. Oder nee, der Typ hieß doch in Wirklichkeit irgendwie anders, oder? Egal, ich probiere es mal mit Lewis Carroll. Okay. L, E, Lewis... Ich weiß nicht, ob ich einen Abstand reingeben muss. C, K, O und zweimal das L. Das war nicht richtig. Ähm. Okay, ich gehe hier nochmal kurz raus. Nein. Okay, ich schaue mir das nochmal an. Hä? Oh, Christchurch Meadows. Okay. Ähm. Ich dachte gerade, was für einen neuen Ort haben wir. Hier, aber... Nee. Bei alle Villos C. Oder nee, irgendwo haben wir das doch gehabt, dass der gar nicht so hieß, oder? Nee, oder? Sag nicht, das hätte ich mir merken müssen. Arsch. Ja, aber ich kann es nur probieren, dass es Lewis Carroll ist. Vielleicht denke ich... Ein weißer Hase. Ja, ja, Ruhe. Vielleicht denke ich auch, dass Lewis Carroll anders geschrieben wird. Also L ist klar. Dann E... W... Le... Ich schreibe mal den Namen jetzt auf. Es ist ein bisschen peinlich, aber ich weiß. Lewis Carroll... Also wir sind beim W gewesen gerade. Dann I... S... Und nicht diese IS, wie ihr jetzt vielleicht denkt. C... A... L... O... L... L... Okay, soll ich das vielleicht in Buchstaben umwandeln, oder so? Ich schaue mir das mal auf. Fünf... Also, Moment, lassen wir das mal kurz schauen. Vielleicht vertippe ich mich auch. Oder ich muss das schnell genug machen. Für den Fall schnell genug schreibe ich mir das jetzt ernsthaft mal in Nummern auf. Also, das wäre fünf... Sekunde, ich schaue mir das mal schnell an. Weil ich kann so eine Handytastatur oder eine Telefontastatur... Ein weißer Hase! Ein weißer Hase! Ja, ich weiß. L... E... Ist... Drei... Neun... Le... Le... I... Ist dann vier... Dann... Sieben... Zwei... Nochmal die zwei... Dann sieben... Oder schreibt man den mit zwei R... Kar... Kar... Ach, ne... Dann schreibt er mit zwei R... Das war, glaube ich, bis jetzt der Fehler. Okay... Angenommen, er schreibt er mit zwei R... Ich klammer den einen siebenmal ein... Dann... K... O... Ist sechs... Und dann zweimal das L... Das ist zweimal die fünf. Okay, und jetzt gebe ich das mal schnell ein. Ich habe den einen ein bisschen schlampig geschrieben, ich hoffe ich... Okay... Fünf... Drei... Neun... Vier... Sieben... Zwei... Zwei... Sieben... Sieben... Sechs... Sechs... Das kann so nicht stimmen. Ich habe gerade irgendwie... Irgendwas falsch notiert. Le... Wies... K... K... Ich habe ich ja zweimal die sechs aufgeschrieben. Ich habe zweimal die sechs aufgeschrieben. Ich habe den Karo... Kar... Ro... Uhl... Genannt. Okay... Ne gut, dann nochmal. Fünf... Drei... Neun... Vier... Sieben... Zwei... Zwei... Sieben... Zwei... 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 Vier... Das britische Museum und der Buckingham-Palast. Okay... Sind auf der anderen Münzen auch die Dinge abgebildet gewesen? Ich weiß gar nicht mehr. Schauen wir mal kurz hin... Diese Wahrzeichen von London könnten etwas mit dem Rätsel des Daedalus-Clubs zu tun haben. Ich sollte sie mit der Karte vergleichen. House of Parliament und St. Paul Okay Wir haben noch eine London-Karte, oder? Also wenn sie schon sagt, wir sollen das irgendwie auf der Karte uns anschauen Moment, hä, warum hab ich jetzt schon wieder was? Achso, hier ist es fertig, okay Äh, nein, irgendwas oder ist noch irgendwas dazugekommen? Dreckskarte, mach mich nicht wahnsinnig Hör auf zu blinken, bitte Wir hatten doch gerade irgendwo eine Karte Genau hier Ja, ich glaube diese berühmten Wahrzeichen auf der Münze könnten mir weiterhelfen Okay, das war ein sehr seltsamer Audiobug Ähm, muss ich mir jetzt gemerkt haben Moment, ich konnte hier gerade irgendwas anschauen Was ist das? Okay, ich schreibe mal das jetzt kurz auf Was für Sachen auf den Münzen stehen Nein Meine Münze vom Rätsel, der Lohn des Verräters Auf der Vorderseite sieht man die Houses of Parliament und auf der Rückseite die St. Paul's Cathedral Houses of Parliament St. Paul Dann auf der anderen haben wir Bitte schön Diese Münze habe ich erhalten, weil ich das Rätsel alle wirrlos C gelöst habe Auf ihr sind zwei Wahrzeichen von London abgebildet Das britische Museum und der Buckingham Palace Okay, damit habe ich jetzt alle Und jetzt schauen wir uns nochmal die Karte an Ja Ich glaube Ja Okay, jetzt schauen wir das mal Also House of Parliament Wo ist das da? Okay Dann St. Paul Das ist hier, genau Ich war schon mal in London Also das sollte nicht komplett Neuland für mich sein Das ist der Buckingham Palace Und wo ist das Was war das letzte? Das britische Museum Ähm Shit Wo ist das britische Museum? Hier Hier Okay Jetzt weiß ich, dass der Daedalus Club irgendwo hier in der Gegend sein muss Aber das Gebiet ist immer noch ziemlich groß Ich muss die Suche irgendwie eingrenzen Und wie? Willst du jetzt, dass ich da irgendwas wieder aufklicke? Ich glaube, so komme ich nicht weiter Ich muss etwas anderes versuchen Moment, ich habe doch gerade nur Ich glaube Äh Kein Moment Ja, keine Ahnung Vielleicht sollte ich versuchen, diese Punkte zu verbinden Um eine bestimmte Stelle auf der Karte zu erhalten Okay Ich habe gerade schon bemerkt, dass ich die verbinden kann, okay Vielleicht sollte ich versuchen, diese Punkte zu verbinden Okay, Punkte verbinden Ja, aber welche? Die, die auf denselben Münzen sind Hat also das House of Parliament mit St. Paul Und das britische Museum mit dem Buckingham Palace Vielleicht sollte ich versuchen Oder auch nicht Oder wir machen es Moment, wenn wir sie verbinden Dann muss ja wahrscheinlich irgendwo ein Punkt rauskommen Wenn wir so oder so oder so oder so verbinden, dann funktioniert es nicht Das heißt, wir müssen so und so verbinden Ja, ich bin mir sicher, dass hier der Daedalus Club ist Direkt beim Trafalgar Square, okay Geil Okay, haben wir das jetzt schon, ist das hier gut oder Haben wir jetzt irgendwas gelöst? Oh, Daedalus Club Wir wissen, wo der ist Okay Aber da gibt es gar nichts, okay Wahrscheinlich können wir da nicht einmal hin Aber was ich weiß, wo wir hin können Ist hier Zurück zu Charles Und wahrscheinlich können wir Oder ich bin mir sicher, dass wir mit ihm reden können Aber ich würde sagen Das sehen wir dann, was wir mit ihm reden können Beim nächsten Mal Bei Let's Play Grey Matter Bis dahin sage ich Tschüss Leute Nein, ich will hier nach Christchurch Da komme ich von den Meadows aus gar nicht mehr hin Das ist doch verarsche Egal Bis zum nächsten Mal Bei Grey Matter Aber bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal gir iz